Musik So, wo seid ihr? Gegner. Lasst euch markieren. Bis die sich erst befinden. Gute Frage, nächste Frage. Wo sind die Leute? So, mal ab in die Hütte. Ah, aus dem Süden. Sind markiert. So, einen hab ich. Zweiten hab ich. Ja, lauf mir wieder nicht rum. Du's alle umbringst? Ja. Mehr Schrotflinte auf die Nähe nicht. Ganz einfach. Das ist der nächste. Komm her. Aber einer ist uns im Team zischst ja eh ganz schön ab. Ich weiß nicht, wer das ist, aber ja. Ist schon ganz schön in Führung. Tobi wahrscheinlich. Ja, Tobi. Es ist aber auch Oh, hinter uns. Wow. Hat Tobi den? Nee. Nee, nee, der lebt dann noch. Der ist da irgendwo im Unterholz. Jetzt kommen sie aus Nordwesten. Sind markiert. Unglaublich, ne? Und das mit der Dinge-Sniper und er stirbt nicht. Unglaublich. Was ist denn das für eine Schrotflinte, ey? Kriegt zwei Bodyhits und interessiert das nicht. So, das ging ja auch hier mit dem Toiltoer. Juhu. Hilfe! Wart! Auf dem Berg ist einer, aber ich sehe nur seine Schüsse. Ja, ja. Oh, nee. Killhilfe. 67 Prozent. Das ist echt bitter. Komm her. Ist klar. Ich glaube, hinter dir, Tino, ist einer. Hinter dir. Haha, ist klar. Hinten. Ah, nein. Mann. Wollte ich gerade gut drücken. Wer von der Saiga weggeknallt. Warum ich so wenig zuschauen? Dafür, dass ich das ganz spontan angekündigt habe, sind 41 jetzt nie so wenig. Da haben wir sowieso gerade irgendwie... Oh, Killhilfe! Das, das ist bitter, wenn du Killhilfe bekommst. Das ist richtig bitter. Wenn inzwischen im Battlefield 4 bekommt man ja Punkte dafür, dass man geholfen hat. Also, keine Ahnung. 91 Prozent, dann heißt es gilt als Kill. Am Battlefield 3, das war ja das bitterste von bittersten, wenn du einen Killassist von 99 bekommen hast. Oh! Hinter mir. Zeigt euch. Das war, ich betone auch war. Aha, Hilfe! Ich werde geschossen! Versuchen zu markieren? Äh, ich sehe ihn ja noch nicht mal. Da oben ist er. Nein, ich versuche ihn zu markieren. Ey! Sie klaut mir auch noch den Kill. Komm her! Na ja! Habt ihr ihn. Counter-Team war das. Du rennst eigentlich nur auf dem einen Berg, dann wieder runter, auf dem nächsten Berg wieder hoch und wieder runter, dass die ganze Zeit hin und her... Ja, ich renne auch nur und rennen. Komische ist, dass ihr immer irgendwie die Gegner bei euch in der Nähe habt. Bis ich denn da bin, hat der Tobi so schon wieder alle weggerotzt. Komm! Ja, siehste? Sag ich doch. Ja, Killassist 88 bekommen. Gilt als Kill. Nächste Waffe bekommen. Nice. Jesus Christ, Alter. Ich renne mir hier den Arsch ab. Und wir müssen ein paar mehr Leute irgendwie auf den Server kriegen, sonst ist das hier. The Master of Running Gag. Ja, der Wandersimulator. Könnte man auch sagen. Achso, das ist eine Dreischusswaffe. Ihr killt aber auch hier alles, was nicht nicht nur nagelfest ist. Na klar. Tobi, halt dich mal zurück hier, sonst binde ich dir nochmal irgendwie eine Metallkugel ganz Bein. Ha, das war meiner. Ja. Weg da, ich schieße. Boah. Wieder tot. Das war jetzt, äh, Glück. Da hatte doch einer auf mich geschossen. Ich glaube, den habe ich erwischt. Mir ist mir einer so herzlich in die Arme gelaufen. Ich bin da auf dem Berg, ich habe es markiert. A, B tot. Nach hinten wieder. Ja. Ja, der A ist, Wall ist halt so Nahkampf. Unglaublich, ne? Verzternung. Was ist das für eine Waffe hier? Hilfe! Farmers oder Rad? Ne. Farmers schießt er recht schnell. Hast du vielleicht OMP? Ne. Weiß nicht, was das für ein Ding ist. Oh, ne, jetzt habe ich den Sniper. Beide Leute sind da schon wieder. Ach, man, elf Lebenspunkte hat er noch. Da kommt einer auf jeden Fall von hinten auf euch zu. Hilfe zählt als Kill, Sniper übersprungen. Konnte ihn leider nicht mehr markieren. Ja, im Ort sind welche wieder. Oh, ne, Revolver. Ich bin ja so kacke in der Pistole. Ah, ich konnte auch nicht mehr markieren. Die gammeln aber auch nur die ganze Zeit rum, ne? Ja, in den Häusern. Immer als Gruppe. Das ist Wahnsinn. Ich stehe immer drei Leute gleichzeitig gegenüber. Das ist natürlich auch so ein bisschen, naja, was soll ich sagen, ne? Gammeltanken. Aber der Server fühlt sich langsam. Oh, nein, 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 ah. Wer dem Revolver nachladen muss, das ist kacke. Und drei Leuten wieder gegenüber steht. Ei, ei, ei. So, Tobi ist im Messermodus. Ja, nee, ist klar. Habt ihr jetzt gesehen, wie oft ich den getroffen habe? Habt ihr das gesehen gerade? Das mal nicht lustig ist. Turbosven, Alter. Du schlapst wie ne Rabenmutter. Ich bin gerade gesehen. Oh, das ist ne Pumpgun. Wundestig. Also ist es die, die so ewig zum Repetieren braucht. Ja, die ist doof. What? Was? Habt ihr nie gesehen, ey. Kämpft ihr im Container? What? Mit der UMP, Alter. Wie er geschluckt hat, ey, Alter. Großes Ding, Alter. Und er fand es nix dagegen. Ja, ich hab hier einen Elefantentöter gerade. Den Magnum. Tuwe, Tuwe. Ich sauge mit meinem Sch... Äh, Ding ist wimms. Äh, ist schon. Mann, der hat noch sieben Prozent gehabt. Wisch ihn nicht. Sieben Prozent. Den nehm ich mir doch mal. Ja. Der ist unten. Oh, ich hab schon wieder ne Pumpgun oder was? Nö. Der hat ne Pump, ne. Ja, du kriegst zwei. Du kriegst einmal die Saiga und einmal so ne... M107, glaub ich, ist das sogar super. Jetzt tu ich ihn sogar markieren. Selbst das geht noch nicht mal. Ach, Mann. Gibt's nicht. Warum muss ich denn eine Rollwache haben? Warum keine G18 oder irgendwas? Aber Fabi läuft zumindest auch mal ein bisschen. Was ist denn los hier? Warum... Weiter. 21 Kills. 21 Kills. So dramatisch schlecht ist es jetzt... Ja, ich hab ihn. Ich hab den Kill. Boah, ich hasse diese Dreischusswaffe, ne. Dieses M4 da. Was? Wieso? Ich hab doch gekonnt, den Knife'd. Warum? Hat er das nicht genommen? Oh, ich bin ja wieder bei der... 100 Gesundheit. Der hat doch von mir kassiert. Das verstehe ich aber jetzt auch nicht. Jetzt hab ich wieder den Revolver. Ich grad... Ist ja mal komisch. Das Counterknifen ist aber echt buggy in letzter Zeit. Das muss man leider sagen. Ich hab diese blöde Dreischusswaffe weg. Ach, diese komische M4 oder was das ist. Alter, wir sind nicht verrecken, Alter. Es ist echt zum Kotzen. Da neben einem anderen PC spielen, ey. So. Das ist unglaublich. Wow. Das war jetzt versehentlich hingelegt. Und dadurch dem voll ausgedocht. Boah, hinter uns. Wir haben vor allem keine Chancen mehr, G18. Wie bitte? Aber ich verstehe ich die Welt nicht mehr. Nein, das hat noch ein bisschen besser Kill. Alter, willst du mich verarschen? Da kam nicht ein Schuss auf den Berg an. Habt ihr das gesehen? Nicht ein Schuss auf den Berg, ey, Alter. Jesus. Ey, ey. Hammer. Nicht ein Schuss. Ich baller die ganze Zeit auf den. Fasste das ganze Magazin irgendwie. Und nichts kommt bei ihm oben an. Du merkst nicht, ein Hit kommt an. Nein, ich bin ein Schuss auf den Berg an. Nein, ich bin ein Schuss auf den Berg an. Nein, ich bin ein Schuss auf den Berg an.